2. 1. 1. 2. 2. 2. 2. Das Kuhle ist halt ein Dennis-Schuss, ein Zivio-Global. 2. 2. Genau das ist MP5, dieser komplette Einschlafimpuls, da passiert gar nichts, das ist so geil. Rollenverschluss als Rollenverschluss. Okay, das ist Nummer 2. MKE MP5 funktioniert. Schade, dass wir nicht weiter schocken können. Die dritte Roste wäre nämlich da. Das ist total geil. Gar nichts an Rückstoß. Richtig geiles Teil. Das sind die Rollenverschlüsse. Die Rollenverschlüsse sind so geil und beim G3 das gleiche. Richtig. 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 Richtig.